Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Will das alles in Ordnung kommen? Mein Führer? Steiner? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jodl, Krebs, und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Nichts als Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahre lang hat das Militär mal eine Aktionen nur behiefert! Es hat mit denen nur ein Fischpicken... Widerstand! Ich hab' weggelegt! Ich hab' dir gut daran getan, um gar'n alle Hör-Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Bitte gerne, jetzt beruhig' dich doch! Und die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jag' ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!